In den letzten 70 Jahren ist die Tharmstädter Ausstellung zur größten regionalen Fachmesse in Norddeutschland herangewachsen. Mehr als 800 Aussteller haben sich auch in diesem Jahr wieder ins Zeug gelegt, um Landwirten, Fachpublikum und Festwiesenbesuchern eine abwechslungsreiche und informative Veranstaltung zu bieten. Für jeden Messebesucher, egal ob mit Agrar-Background oder ohne, bietet das Freigelände die Gelegenheit, einen Eindruck der aktuellen Trends der Agrarwirtschaft zu bekommen oder einmal auf einem Ackergiganten Platz zu nehmen. Mit diesem kurzen Videorundgang werfen wir von landtechnikvideos.de einen Blick auf unsere Highlights der Tharmstädter Ausstellung 2018. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.